Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Wir kommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mikrofon richten. Ähm, Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Bast. Wir sind schon auf dem Weg zum sechsten Dungeon, Alter. Ich bin begeistert. Ich komme hier echt mega schnell durch. So, was ist hier drin? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, nichts. Erstmal, endlich will ich von diesem Viehchen getroffen werden. Ist hier ein Herzteil oder so drin? Wie war das? Ähm, so, 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 so. Ein Herzteil ist sogar drin. Alter, wusste ich gar nicht. Gut, dass wir es gefunden haben. Uns fehlen nur noch vier Herzteile. Leute, uns fehlen nur noch vier Herzteile und ich glaube, ich weiß, wo die sind. Eins ist... Hier hinten. Wenn ich mich jetzt richtig weggepottet habe... Nein, natürlich nicht. Perfekt auf dem Stein. Wow. Äh, dann mache ich das mal... Hier. Hier dürfte ich richtig stehen, oder? Ja, okay. Genau, denn hier können wir den Stein hochheben und hier jetzt ein kleines Schieberätsel, glaube ich, machen, ne? Genau. Was nicht sogar einfach nur... Zack. Nein. Zack. Zack. Ja, wow. Herzteil Nummer... Äh, weiß ich nicht. Herzteil eins von vier. Ähm, ähm. Uns fehlen jetzt nur noch drei Herzteile. Alter. Das ist... Krass. Das ist echt verdammt krass. Hier ist eine Fehl, brauche ich jetzt nicht. Ähm. Ich glaube, zwei sind noch auf dem Berg oben. Äh, wo sind die anderen? Wo ist das... Warte mal. Ja, ne, da will ich jetzt nicht hin. Zwei sind auf dem Berg. Oder sind drei sogar auf dem Berg. Dieser,ather... Hier ist nichts mehr, oder? Ne. Sieht nicht mehr so aus, als ob hier was ist. Wir müssen jetzt nur noch schnell in den Palast. In den... ...sechsten Palast. Oh yeah. Und wie man den aufmacht, seht ihr schon. Ich hab das nicht, oder? Wow. Okay, wir müssen auf den Berg. Ich bin doch nicht... Okay, Moment. Geh mal hierhin. Eigentlich dürfte das hier funktionieren, oder? Oder? Ja. Gut. Gut, denn wir müssen uns jetzt erstmal auf den Palast etwas holen. Äh, auf den Berg. Mann. Aber eigentlich könnten wir uns dann ja hier jetzt auch alle Herzteile holen, ne? Also, beziehungsweise erstmal hier alles machen. Ja? Naja, ja, ja, ja. Könnten wir machen. Hm, 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 dem, 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 dem. Hier in der richtigen Welt hatten wir ja schon da oben alles gemacht, ne? Also oben von der, vom Berg runter gesprungen, damit wir da richtig ankommen und so. Genau. Das hatten wir schon gemacht. Gut, ähm, dann gehen wir wieder zurück in diese Welt hier. In die Dark World. Und hatten wir hier nicht sogar noch ein bisschen was zu tun? Hier können wir auf jeden Fall rein und hier können wir uns jetzt, genau, etwas holen, Leute. Dafür brauchen wir den Unsichtbarkeitsmantel. Denn dadurch kriegen wir hier keinen Schaden. Aber wir kriegen halt Magie abgezogen, wie ihr seht. Deswegen ist es sehr sinnvoll, den Magie-Dings zu haben. Zack. Okay. Die, die erweiterte Magie-Form. Und hier sind Herzen. Wow, okay. Denn, ja, hier bekommen wir jetzt erstmal den Eisstab, äh, den, den Böhrener-Stab, okay. Ja, da gibt es so eine Schutzhülle. Hier kriegen wir jetzt auch kein Damage erstmal. Das Problem ist jetzt halt, ja, jetzt kriegen wir Schaden. Warum geben die da keine Mana oder so? Na egal, wir haben es auch so geschafft, hierher zu kommen, hier durchzukommen. Ähm, aber ich bin der Meinung, hier hinten gab es keine Herzteile mehr, ne? Nee. Ich bin der Meinung nicht. Dim, dididim. Es gab noch zwei auf dem Berg, und zwar eins irgendwo da hinten oder so. war das nicht so. Ich weiß es nicht mehr genau. Scheiße. Was ist hier? Fee. Hm. Dim, 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 dim. Ich mag die Musik hier auf dem Berg. Die ist mega cool. Mega, mega cool. So, ähm, gut, dann ist hier erstmal nichts, wie es mir scheint. Dann müssen wir erstmal in diese richtige Welt. Damit wir uns das Buch holen können. Nee, äh, das, 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 das Medaillon. Ja, genau, das Medaillon. Das Medaillon. Das Medaillon. Ähm. Wir könnten jetzt auch, glaube ich, schon den siebten Palast machen. Bevor wir jetzt den Palast hier machen. Alter, das Master-Schwerden. Ja, ja, Luftmedaillon. Das ist mein, das ist das Medaillon, was ich am wenigsten mag irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde das nicht so cool. Das Erdmedaillon, dann das Feuermedaillon, und dann das Luftmedaillon. So, in der Reihenfolge sind das so meine, ich sag mal, Lieblingsmedaillons. So, ähm. Geh mal weg. So, diese, nee, nicht diese. Wo sind denn die? Ach, irgendwo anders wahrscheinlich. Okay. Geh weg. Geh weg. Da oben ist ein Herzteil, auf dieser fliegenden Insel. Aber da erstmal hinzukommen. Das ist eine Herausforderung. So, ähm. Wir müssen, glaube ich, hier runter. Springen. Dim, 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 dim. Aua. Zack. Ja, dann das Loch da fallen. Genau. Warum haben die, warum haben die Entwickler so einen Weg gebracht? Mann. Das ist doch echt nicht cool. Echt nicht cool. Was ist hier drin? 50 Rubine. Okay. Aber wir kriegen immerhin Rubine. Ist doch schon mal etwas. Genau, jetzt sind wir hier unten. Richtig. Wir sind nämlich jetzt hier auf der anderen Seite. Ähm. Ei, 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 ei. So. Was ist hier oben? War hier eine Fee? Ich glaube, hier war eine Fee, oder? Nee. Doch nicht. Was ist hier denn? Ich weiß es nicht mehr, Mann. Das ist doch komisch. Dim, 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 dim. Okay. Runterfall-Action. Okay. Ich schätze mal, ich muss hier runterfallen. Das sieht mir ja im Verdächtigsten aus. So ein bisschen. Komme ich zu Fee, okay? Ich hätte auch eine einsammeln können davon. Also einfangen können. Scheiße. Egal. Sah richtig aus, wie es aussieht. Oder war richtig? Oder? Jetzt sind wir hier. Okay. Ich versuche noch mal irgendwo runterzufallen. Ich weiß ja nicht, wo wir überall landen. Ach doch, klar. Ja, okay. Ist nicht nötig. Da hinten ist, glaube ich, auch nichts mehr dann. Okay. Dann will ich mal bitte hier unten war eine Höhle, genau. Hier will ich mal rein. Wie komme ich jetzt mal wieder hoch? Ich weiß gar nicht, wie ich hier hochkomme wieder. Meine Güte. Okay. Das sieht da interessant aus. Irgendwas wird da sein Herzteil. Also denke ich jetzt mal. Ich will jedenfalls, dass das Herzteil ist, damit ich alle bald mal habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo alle sind, ey. Ich weiß jetzt noch von einem ganz genau halt. Das ist die Fee, genau. Ähm. Ich spring mal hier runter. Lande ich dann? Nein, tue ich nicht. Hier sind zwei Eingänge? Lol. Einmal so einer, der uns nichts bringt. Oben ist ein Herzteil, oder? Ne, doch nicht schade. Das ist so ein Krug. Verdammt. Dann... Mal hier rein. Okay. Da ist eine Bombe. Dieser Part hier wird... Ja. Okay. Das ist unnötig. Wow. Ich glaube mal, wir müssen... Äh... Ja. Wenn wir nochmal hier unten in diese Höhle reingehen... Oah. Geh weg. Wenn wir hier unten nochmal reingehen in die Höhle... ...müssten wir hier einmal runterfallen, glaube ich. Und... Ich weiß nicht, wo wir hin. Wir kommen, aber... Ja, doch. Okay. Gut. Das macht Sinn. So, was ist hier? Zwei Truhen. Okay. Das sieht schon mal vielversprechend aus. Bomben. Das ist fein... Nein, im Ernst? Ich dachte jetzt, da kommt irgendwas Cooles oder so. Mann. Ja. Ätzend. Aber wir sind schon mal hier. Was ist hier jetzt? Okay. Geld? Nur Geld? Ich dachte, hier kommen irgendwie Herzteile oder so. Ich war hier, glaube ich, auch nur in die. What the fuck? Okay. Noch mehr Geld. Und... Noch mehr Geld. Wow. Ich bin... ...begeistert. Äh... Ja, wir müssen hier runter. Und wieder raus. Okay. Ähm... Dann ist hier jetzt erstmal nichts. Wie ich da oben zu dem Herzteil komme, das weiß ich. Ich dachte jetzt nur, hier unten ist vielleicht auch noch eins. Wir müssen nämlich in der Dark World hier nochmal in die ganzen Höhlen rein. Das ist das Ding. So. Düm, 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 düm. Geh weg. So. Wieder draußen. In die Dark World kommen wir von hier aus... Ja, da seht ihr das Herzteil. Wollen wir hier irgendwie was machen. Genau. Geh weg. Ach komm, geh weg. Okay. Äh, in welcher Reihenfolge war das denn nochmal? Okay, so. In der Reihenfolge nicht. Und nochmal weg. Okay. Also rechts, oben, links. Okay. Ich hasse diese komischen Viecher da. Zack. Zack. Und zack. Genau. Und hier wäre jetzt auch schon der siebte Palast, aber das machen wir noch nicht. Ja, wie gesagt, ich will jetzt erstmal den sechsten machen und dann will ich hier ein bisschen Sidequest... Also jetzt will ich erstmal hier ein bisschen Sidequest und danach den sechsten Palast machen. In deinem Ernst? Und... Ja. Wenn wir jetzt hier... Das öffnen, dann kommen wir... Soweit ich weiß, kommen wir hier durch... Zu dem... Herzteil. Die ganzen Dings hier will ich jetzt nicht hochheben. Denn die sind noch nützlich. Dadurch, dass wir uns hier rüberhangeln können. 50 Rubino, okay. Zack. Zack. Ähm... Das nehmen. Will ich einmal bitte das... Nein, 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 nein. Okay. Wieso erkennt man die schwarzen Platten da auf dem Boden? Das ist nicht sonst immer so... Okay. Hm. Zack. 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 50 Rubine, okay. Danke. Immerhin sind wir jetzt wieder am Anfang. Mehr wollte ich nicht. So, hier sind die schwarzen Platten auf dem Boden. Ich weiß gar nicht... Bei euch erkennt man die nicht, aber ich erkenne hier ein paar schwarze Platten. Wieso erkennt ihr die nicht bei euch? Hm. Ah, egal. Ähm. So, ich glaube... Ich weiß gar nicht... Das sind ja auch Fake-Wege, soweit ich weiß. Das ist ein richtiger Weg und das da oben auch. Hier kommen wir raus. Ich will mal wissen, was da oben ist. Eine Fee. Okay. Unnötig. Ich hasse diese Feen. So viele Feenquellen gibt es überall. Das ist zu nervig. Noch mehr Feen... Ah, okay. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir alles voll, ne? Ja, ich glaube schon. Jetzt haben wir alle vollen. Ja, okay. Alles voller Feen. Und hier dürfen wir jetzt rauskommen... Da, wo wir... Das Herzteil bekommen. In der richtigen Welt. Richtig. Uns fehlt nur noch ein Item. Welches Item es ist, weiß ich auch. Das ist voll geil. Ich mag das Item. So, noch zwei Herzteile fehlen. Ich weiß nur nicht genau, wo die sind. So, wir können jetzt hier runterspringen. Zack. Und... Können jetzt nochmal hier rein. Nein. Nein, ich glaube, hier kommen wir wieder raus, wenn wir... Moment. Ich will mal bitte... Moment. Okay, nein. Hier kommen wir dann wieder raus, wenn wir unten wieder... Ja. Langspaziert sind. Einmal runterspringen. Und... Gucken, was es hier alles gibt. Ein Laden. Und hier ist... Was ist hier? Okay. Ich will das mal den Weg hier gehen. Ähm. Was bringt mir das? Hä. Okay. Nichts. Wie es aussieht. Einfach nichts. Finde ich okay. Ist okay. Kann... Ja. Meinetwegen. Ist okay. Ah. Okay. Moment. Das macht Sinn. Dass wir jetzt hier hinkommen. Ja, gut. Okay. Dann hier hoch und dann da rechts runterfallen. Na, genau. Das macht schon Sinn. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ich glaube aber nur, dass wir hier wieder nach ganz oben zurückkommen, oder? Durch diese Höhle? Ja, es sieht zumindest so aus. Auf der Höhe sind wir schon mal. So, und ich glaube, wir müssen den hier runterfallen. Ne, es war falsch, oder? Ja, es war falsch. Natürlich war es falsch. Obwohl, nein. Es war nicht falsch. Okay. Finde ich okay. Wir haben wieder fast volle Mana. Das ist super. Aber wir sind jetzt wieder auch... Ja, wir sind wieder ganz oben. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, springen wir wieder runter. weiter. Und... Mein Magen knurrt. Alter. Jo. Aber mega hat der geknurrt. Da ist kein Dings mehr. Okay. Ist hier unten. Nichts. Ähm. Nichts. Keine Höhle mehr. Nichts. Nirgends mehr. What? Ich weiß nur nicht, wie ich in diese Höhle da komme. Ha. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir nochmal nach ganz oben. Oh. Wäre ich jetzt nur nicht nochmal runtergesprungen. Verdammt. Mann. Das ist doch voll Kacke. Oh Mann. Dim. 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 Ach ja. Beeilen wir uns einfach. Ist nur so ätzend dieser Weg hier, ey. Das ist... Oho. So behindert. Ohne Witz. Höh. Höh. Jo. Hunger und Müde. Alter. Ne. Was ist das? Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich habe hier schon meinen Kaffee stehen, ey. Ah. Lecker Kaffee. Also durch alle drei Löcher kann man an diese Kisten kommen. Okay. Das ist irgendwie... Ich glaube, das ist nicht so gewollt gewesen von den Entwicklern, aber okay. Gut. Warum noch nicht? Diese Viecher hier sind echt brutal. Okay. Oder auch nicht. Sie halten nichts aus. Wenn man hier nicht das zweite Schild und so hat. Oder das dritte Schwert oder so. Dann halten diese Viecher erstmal übertrieben viel aus. So, hier können wir noch nichts machen. Und ja, zum anderen machen sie halt mega viel Damage. Okay. Ich muss mich nochmal erkundern... Erkundern? Erkundigen. Wo es die letzten beiden Herzteile gibt. Ähm. Aber ja. Ich habe keinen Namen für den Part. Scheiße. Bergerkundungstour oder so. Aber ich glaube, ich kann den irgendwie so. Ähm. Moment. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das Herzteil. Da oben gab es auch keins mehr. Da so weit. Ich weiß auch nicht. Vielleicht im sieben Palast noch? Ich weiß es nicht mehr genau. Egal. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part. Wir sehen uns bei, äh, das nächste Mal wieder. Haut rein. Na.